Frohe Botschaft für Pierre-Emerick Aubameyang in China. Seine Lebensgefährtin erwartet das zweite gemeinsame Kind. Deshalb hat der Torjäger die China-Reise mit Borussia Dortmund vorzeitig beendet und reiste nach der zweiten Trainingseinheit am Dienstag zurück nach Deutschland. Aubameyang verpasst damit das Spiel des BVB am 28. Juli gegen Manchester City mit Teammanager Pep Guardiola.